Ja und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Folge GTA 5 dem Story-Modus für den PC. Wir sind jetzt glorreich aus diesen Leichen-Shows geflüchtet. Haben unsere Sachen wieder Gold, die Leiche identifiziert oder auch nicht. Und ja, jetzt muss man abfahren vor dem Kopf. Mal gucken ob uns das so gut gelingt. Die Säcke haben uns einen Platten geschossen, na klasse. Wie sollen wir da abhauen? Oh man, so war das nicht. Oder vielleicht doch? Oh Gott! Mit nem Platten! Nein! Gebt Gas Junge! Geil, der Tunnel ist hier in der Nähe. Flüchten wir jetzt hier rein? Oh shit! So, jetzt dürften die Cops uns erstmal nicht mehr verfolgen. So. Ah, die suchen wir uns jetzt wie blöde. Aber finden wir uns nicht. Das ist schon mal gut. Coole Kachel. Hm. Die suchen wir uns immer noch wie blöde. Dann müssten sie doch eigentlich gleich loswerden jetzt. Kommen wir schon mal langsam fortdippeln. Ja! Okay. Jetzt rufen wir Franklin an. Hey Mike! Ja! Hey! We need to talk. Quick! Meet me at those oil dercks just outside town. Elboro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that doesn't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Okay. Treffen wir uns jetzt klein mit Franklin? Brauchen wir auch dringendst eine andere Koche. Dave! Was war das denn? Weißt du, wie viele Spooks ich gerade durchgezogen habe? Ich bin sorry. Sie sind nicht schöne Leute, wenn das eine Konsolation ist. Was ist passiert? Es ist ein großes Ziel da draußen. Etwas in den Schatten. Die Daten, die Algorithmen sind aus der Karten. Wer es findet, das Büro oder die Agenz, wird einen großen Bump in der Finanzierung bekommen. Wie ich über deine Finanzierung bin. Ich bin weg, Dave. Du bist nicht. Ich brauche dich, um meinen Boss zu treffen. Wir werden in der Stadt in der Plaza zwischen den FIB und den IAA-Bildungen sein. Die IAA-Bildungen? Bist du schuldigst mich, nach dem Span, den ich gerade mit diesen Agency-Männer habe? Ruhig! Sie werden nicht da schauen. Sie haben sich nie einen inside-Job erwartet. Okay. Ich mag diese Typen irgendwie, mit denen er gerade telefoniert hat. Aber jetzt fahren wir erstmal zu dem Punkt, wo wir hin sollen. Wo wir uns jetzt mit Franklin treffen. Woa. Dann sind wir ja gleich da. Super. Das gehen wir doch schneller als gedacht, dass wir die Cops hier abschütteln. Erstmal querfällt ein. Kleine Abkürzung. Wunderbar. Läuft bei uns. Oder auch nicht? Hast du den Club zu weit gefahren? Ah, hier haben wir Franklin. Jesus Christus, Franklin. Ich habe so viele Geschichten, ich kann sie sogar nicht aufhören. Ich bin voll von verdammt. Ja, aber dein verdammt verdammt hat mir viel Geld. Ein Geld mit dir? Ich habe mehr Geld als ich nie gemacht habe. Oh, ja. Ich bin ein grosser Thief. Aber es ist die andere Dinge, die ich nicht herausbekommen habe. Also, was ist das Problem, Mann? Was ist das Problem mit dem Büro, Mann? Dieser Clown. Ich meine, er ist ein guter Typ. Ein verdammt verdammt. Wir haben ein Problem, lange vorhin. Es war nicht so weit wie es war. Der falsche Mann wurde getötet. Also, ich musste in ein bisschen ein Informal-Protektion-Protektion-Programm. Er hat mich geholfen. Ich habe nicht die Geheimnisse von seinem. Und alles war cool. Die Probleme begannen, wenn ich in der Zeit habe, ich bin unabhängig. Ich meine, er kommt, beginnt zu fragen, mich zu machen. Ich meine, Franklin. Ich arbeite für die verdammt. Oh, fuck, Mann. Oh, fuck, Mann. Ja, und das ist noch nicht die schlimmste Sache. Ich sage dir über Trevor? Man, ich denke so. Oh, shit. Wenn du nur so denkst, dann bin ich komplett ehrlich. Er ist... Ich weiß... Ich weiß... Hell, geht auf der Erde. Das ist das, was er ist. Wir holen diesen Mann. Oh, ja. Good luck mit dem. Shit. Ich meine, Trevor und ich haben eine Geschichte. Eine komplizierte Geschichte. Look. Ich habe viele Dinge, die ich nicht stolz bin. Okay? Ich habe nie gedacht, dass ich ein Engel bin. Aber du kennst, Trevor, Franklin. Du versuchst, ich bin ein Engel. Also, was ist der Gedanke, Mann? Ich weiß nicht. Fuck. Ich werde... Ich werde... Ich weiß... Ich versuche zu spielen, auf beide Seiten. Ich weiß nicht, bis ich herausfinden kann. Alles klar, Mann. Schau mal, Mann. Du hast mir geholfen. Wie ich sehe, Mann, das wenigstens kann ich dir helfen. Das ist eine Todesendung, Franklin. Mann. Ich versuche nicht zu hören, Mann. Wenn die Bühne nicht zu holen, die Mannschaften einfach nur Hustler sind. Und ich bin nicht zu lassen, kein Mannschaften Katz zu denken, dass er so ein Mannschaften verrückt ist, mich auf einen Baum. Fuck das. Hey. Du bist ein guter Kind, Franklin. Das bedeutet viel zu mir. Wie ich sagte. Ich bin ein Schraubiger. Ich finde etwas für dich. Großartig. Komm her. Du hast besser weggezogen. Alles klar, Mann. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Schön, haben wir Franklin auf unserer Seite. Und bestanden! Totgesorgte Leben länger. Mhm. Oh, und weiter. Nein. Was? Das Fahrzeug wurde geschlagnet? Das kann aber nicht hinhauen. Wir wurden aber gar nicht geschnappt. Und so lange es nicht der OB ist, ist ja alles schick. Oh, Tracy ruft an. Gehen wir mal heran. Hey, Trace. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Du schickst mein Leben. Ich habe? Ich dachte, ich habe bereits verletzt dein Leben. Immer nach dem Böden. Immer nach dem Böden. Geh das ernsthaft. Du kennst das? Du kennst das wie schlecht ich wollte? Das ist wie schlecht. Das ist wie eine große Herausforderung. Das ist wie eine großartige Möglichkeit. Du bist so ein verdammeliger Mann. Du bist so ein verdammeliger Mann. Du kommst das. Du wirst. Du wirst. Ich liebe dich. Oh. Oh. Tracy ist sauer. Aus ihrer Sicht kann man es schon verstehen. Aber... Sie ist halt nur zu jung und naiv, ne? Und... Die kann eigentlich wohl sein, dass Trevor und Michael die da rausgeholt haben. Bevor sie echt zur Lachnummer geworden wäre. Wenn sie es nicht doch schon geworden ist, ne? So. Fangen wir jetzt zu Michael. Da haben wir ja schon wieder eine Mission. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Ist auch noch grün? Fast grün. Hm? Du musst diesen Mann stoppen. Er hat all meine Geld verletzt. Okay. Wir sollen die Kerle aufhalten. Geh in meinen Weg und du bist tot. Ja, ich bin ein altes, verdammter Mann mit einer Schraube. Du bleibst davon aus. Ich glaube das ist wie du es magst, oder? Ich habe meine Kinder auf der Weg. Oh shit. Das ist gar nicht so einfach. Geh in meinen Weg und du bist tot. Komm dann! Ah, die sind jetzt hin, okay. Erstmal die Waffen einsammeln. Wow, 2000 Dollar. Nice! Nehmen wir gleich mal die Karre. Oder auch nicht, die ist doch ein bisschen lahm. Unsere ist ein bisschen arg verbeult. Dann nehmen wir die hier. Die sieht doch noch relativ in Ordnung aus. Oh shit. Relativ schnell fährt sie auch. Läuft. Haben wir sie doch noch schnell gekriegt, die Typen. Aber wir sollten unbedingt mal mit Michael in den Waffenladen fahren. Mal gucken, ob wir für den noch ein paar gescheite Waffen hier dran kriegen. Sobald wir Franklin da nochmal spielen, äh, auch nochmal. Oh, der Punkt ist da vorne. Waffenladen ist auch kleiner näher, das ist super. Ne, das ist er nicht. Ja, aber ja. Wahnsinn, Mann. Du solltest das für dich selbst halten. Ist nicht wahr. Der hat uns nur 200 Dollar für die 2000 Dollar gegeben. Das ist doch ein Witz. Wo ist der Typ hin? Oh man, den hätten wir überfahren sollen. Da hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Kohle gekriegt. Shit. Okay, jetzt erst mal zum Waffenladen. Hier oben muss er ja sein. Ja, haben wir ihn. Wir wollen gleich mal gucken, dass wir vielleicht noch ein paar gescheite Waffen für Michael bekommen. Hey, 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 hey. Ja, lange nicht gesehen. Ach ne, mit Michael waren wir ja noch gar nicht hier. Die haben wir. Also nein. Großes Magazin. Da und da. So. Erstmal voll ausgestattet. Sollten wir jetzt erst mal schnell mit jeder Waffe tun. No. Das wird erst mal reichen. Die kaufen wir noch. Dann kaufen wir das, das und das und das. Ja. Das, das. Das reicht. Die haben wir schon. Okay. Okay. Okay, hier können wir gar nicht groß was holen. Die haben wir. Da holen wir aber noch das. Die haben wir jetzt auch gekauft. Da haben wir erst mal genug Munition jetzt dafür. Dann gucken wir noch den Rest. Oh yeah. Scharfschützengewehr. Immer gut. Passt. Können wir uns noch nicht holen. Wir haben. Uh, geil. Granat. Oh, geil. Die ist gratis. Das, das, das und das. Wunderbar. Ich finde es noch schade, dass ich hier den Hammer nicht habe. Dass wir uns den hier nicht holen können. Auf der Xbox 360-Person habe ich mir den ja holen können durch die Edition, die ich mit Dagger und ich habe. Und ich finde es ein bisschen schade, dass das hier nicht übertragen wurde. Das ist gut für Familie-Events. Muss ich schon sagen. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht. Okay. Das holen wir auch noch. Das ist eine geile Waffe, die sollten wir uns doch auch noch schnell holen. So. Da haben wir auch schon wieder übelst viel Kohle jetzt schon wieder ausgegeben. So. Für die hat man alles. Ah, was soll es? Holen wir noch schnell den Granat. Ich habe auch noch ein Kind, um die Serialnummern auszulegen. Das haben wir erstmal gut ausgerüstet mit Michael. Haftbomben, geil. Ja. Kann man mal holen. 15 Dollar. Das geht. Granaten. Ja, holen wir mal zur Sicherheit ein paar Granaten. Glauben wir um, ne? Ja, bestimmt auch noch mal frage und trennen was. Cool. Holen wir mal. Zur Sicherheit. Ich habe einen Dolphin mit einer dieser. So. Und noch einen Schaltdämpfer. Die können wir noch nicht holen. Und noch ein Messer. So. Das war's jetzt, Herr Aschmann. War doch ganz super. War doch ganz super. Kommen wir gleich mal. Das war's jetzt, Herr Aschmann. Das war's jetzt, Herr Aschmann. Ja, das sieht doch schon mal besser aus, muss ich sagen. Wesentlich besser. Oh, ja. Ach, sieht doch schon mal besser aus hier von den Waffen her. Okay. Wir haben dort jetzt auch noch ein B und da ein M. Wir fahren aber jetzt erst mal zum Michael. Und was ist denn jetzt das B? Okay. Ne, ne. Wir fahren jetzt erst mal zum Michael. So. Woah. 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 Oh, shit. Nein, nein, nein. Oh, kacke. Oh, crap. Oh. Wir sind weit geflogen. Das war Rekord. Ja, weil du dich uns in den Weg gestellt hast, kriegen wir jetzt seine Karre. Oh, die fährt ich ganz geil. Cool. Eine Überlegung wert, sich die für einen Multiplayer zu holen. Die ist echt geil. Woah, Digga. So. Was? Ne, die meinen uns nicht. Super. Dann können wir getrost. Heimfahren. So. Oh, wir sind auch schon wieder bei Überlänge. Oh, Mann. Sorry, Leute. Die Sequenz gucken wir uns auch jetzt noch an, falls eine kommt. Ach nein. Ich möchte sie rausschneiden. Bitte. Bitte. Komm. Oh nein. Nein. Hör auf Fernsehen zu gucken. Ja, bitte auf. Los. Oh, schweig ab. Oh, schweig ab. Oh, schweig. Oh, schweig. Ich glaube, sie sagte. Hörmongering Asswipe. Hallo, Fabian, Darlene. Namaste, Amanda. Sind wir bereit, zu praktizieren? Ja. Oh, ja. Sie ist sehr zentral. Eine regularische Oasis. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ich habe meine Fingerprobleme. Ich habe keine Ahnung, dass ich mich so erschützt habe. Ihr zwei. Bitte. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss.